Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de Heute möchte ich mal, oder mit diesem Video eher gesagt, möchte ich ein kleines Community Voting veranstalten Ich möchte nämlich herausfinden, welches das beliebteste Texturenpaket auf der Konsole, oder eher gesagt auf der Playstation ist Und guckt einfach mal in die Beschreibung, dort findet ihr den Link zu einem Voting Da findet ihr dann die Auswahl zwischen allen Texturenpaketen, die es bisher auf der Playstation 3 gibt Auch Meshapacks, ok Meshapack ist ja auch nur eine Welt plus Texturenpaket und Skinpacks Aber mir geht es nur um das Texturenpaket, ich werde das vielleicht auch nochmal mit Skinpacks machen Aber jetzt erstmal mit Texturenpaketen, da gibt es ja nicht ganz so viele Aber ich möchte trotzdem mal herausfinden, was das beliebteste ist Und ja, manche von euch fragen sich das sicher, ja unten, was bringt mir das jetzt, wenn ich da meine Stimme abgebe Was nützt mir das, warum sollte ich jetzt ausgerechnet bei dir da mitmachen Ja, unter jeden einzelnen Teilnehmer verlose ich eine 20€ PSN-Guthabenkarte Also jeder, der daran teilnimmt, hat die Chance da drauf Dafür musst du dem Video einfach nur einen Daumen nach oben geben Und in die Kommentare Hashtag und dann dein Lieblingstexturenpaket dahinter schreiben Beziehungsweise, ja doch, Texturenpaket Als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal Hashtag Stadttexturenpaket Das müsste, das würde dann auch schon reichen Du kannst auch noch gerne deine Meinung zu diesem Texturenpaket sagen Warum es dein Lieblingstexturenpaket ist Und ja, damit nimmst du dann auch schon mal ein Gewinnspiel teil Wenn du jetzt nur deine Stimme abgibst und dann nichts in die Kommentare schreibst Dann bist du leider nicht dabei Weil ich muss ja irgendwie deine Stimme haben oder sehen können Damit ich das Ganze mit einem Zufallsgenerator auslosen kann Und ich denke mal, dass die Frist dann in einer Woche vorbei ist Oder ich das Ganze zwei Wochen vielleicht auch noch laufen lasse Ich weiß es nicht Und ich denke mal, dass ich das dann demnächst auch mit Skinpacks machen werde Auch wieder mit einem Gewinnspiel Damit auch der Reiz ein bisschen größer ist für euch Weil ich würde auf jeden Fall mal interessieren Welches wirklich das beliebsteste Texturenpaket ist Und wie gesagt, du hast dann die Chance auf eine 20-Euro-PSN-Guthabenkarte Was du damit machst, ist nur die überlassen Du musst dir ja nichts von Minecraft holen Kannst dir ja allen möglichen Kram holen Und ja, das war es auch schon wieder mit dem kurzen Video Tut mir leid, dass ich momentan nur so kurze Videos mache Aber meine Zeit ist auch jetzt knapp Wir haben jetzt Ferien Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit Also kommen jetzt auch wieder mehr Videos Und wie gesagt, in die Kommentare schreiben Hashtag euer Lieblings-Texturenpaket Dem Video einen Daumen nach oben geben In die Beschreibung gucken Dort findet ihr den Link zum Voting Da gebt ihr einfach eure Stimme ab Und in ein bis zwei Wochen kommt dann das Auflösungsvideo Mit dem beliebtesten Texturenpaket und dem Gewinner natürlich Und bis dahin, haut rein Freunde